Hi Freunde und herzlich willkommen hier auf dem Clip Channel. Wir haben schon auf dem Hauptvideo heute Abend einige von den 85x10er Packs gemacht. Die SPC ist neu rausgekommen, 30 Team Schmied, 87er Gradient Squad und, das ist das Wichtige, 10 Mal pro Tag wiederholbar. Exklusiv heute für euch am Start die 85x10er Upgrade SPC. Wir werden sie heute, weiß ich nicht, ein paar Mal auf jeden Fall angreifen, hier in den kleinen feinen Clip. Also let's go und rein in das erste Set. Schauen wir rein hier, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was in euren Sets drin war und wie oft habt ihr vielleicht die SPC gemacht, wiederholt. Wenn ihr mehr, wie gesagt, von den 85x10er Packs sehen wollt, ich hab da wirklich unendlich viele mitgemacht. Oh, hier kein Duplikat am Start, perfekt. Link ist in der Beschreibung zum Hauptkanal, Friends. Und wir gehen rein ins zweite. So, da ist das zweite, zumindest hier für den Clip Channel. Und wenn da jetzt keine Duplikate am Start sind, können wir direkt reingehen in ein neues. Wir haben einiges Sets vorbereitet. Hamzik ist am Start mit, oh mein Gott, vier Duplikate immer noch am Start. Da muss ich los, Freunde. Lasst mich gerne wissen, was in euren drin war. Schreibt's mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf dem Clip Channel. Sehr, sehr gerne wieder. Haut da rein, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.